. Ja, Wasser ist drin, Decke ist fest zu. Und dann fährst du runter, alles klar. Und ... Achtung, 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 Achtung. Ha! Ah, es leuchtet. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Meine Wasserlampe. Darf ich vorstellen, Wilma's Wasserlampe? Ja, ja, ich muss ja zugeben, es ist nicht mein Einfall. Ich habe nämlich so einen Bericht gesehen, da hat jemand erzählt, über die Philippinen. Da leben nämlich einige Menschen, einige mehr Menschen und manche davon, naja, die sind nicht so reich. Die sind ein bisschen ärmer. Und die haben nicht alle so Häuser wie wir, so mit ganz vielen Fenstern drin und mit ganz vielen Lampen, sodass sie jederzeit Licht haben können. Und deswegen haben die jetzt, ganz viele von ihnen zumindest, so Plastikflaschen im Dach drin und haben dadurch Licht in ihren Zimmern. Das ist total lustig, passt mal auf. Ihr müsst euch das so vorstellen, ja. Wenn die Sonne so von oben da drauf scheint, dann scheint die so in diese Flasche rein und das Wasser, das reflektiert dann das Licht und dadurch wird es dann, so wie ihr das jetzt bei mir sieht, ganz hell in deren dunklen Räumen. Und so haben sie tagsüber ganz normales Tageslicht da drin. Das ist faszinierend. Das hat mich so beeindruckt. Das musste ich gleich mal nachbauen. Ist ja klasse. Toll, oder? Oh, super. Ja, super. Na ja. Ja, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was dieser Schlauch hier soll, oder? Ja, das Wasser muss ja irgendwie wieder raus aus der Flasche. Ja, an wem hat es sich gedacht? Natürlich nicht einfach ausschütten. Nein, 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 nein. Ihr müsst nämlich wissen, das hier ist gleichzeitig eine automatische Wasserpumpe. Pass mal auf, ich werde es euch zeigen. Achtung, ich brauche eine Schüssel. Moment, ich bin gleich wieder da. Denn das Wasser muss ja auch irgendwo reinfließen. Ja, wenn ihr das zu Hause nachbaut und nachmacht, stellt euch doch einfach vor die Badewanne oder die Dusche oder für irgendein Waschbecken. Und ja, dann werdet ihr jetzt nämlich sehen, was passiert. Sonst geht das ganze Wasser vielleicht irgendwo auf den Teppich oder so. Und ich kriege Ärger. Und Hilma hat gesagt, wir sollen das einfach losfließen lassen. Nein, nein, bitte bloß nicht. Also denkt dran, entweder einen ganz tiefen Eimer oder eine Schüssel oder so oder einfach vor die Wanne stellen. Ja, Achtung, jetzt lassen wir den Schlauch hier runter. Ab in die Schüssel, ab in die Schüssel. Oh, super. So, und jetzt, Achtung. Jetzt könnt ihr mal gucken, was hier passiert. Flasche nehmen und einmal anpumpen. Oh, guckt euch das an. Da hat jemand Dusch. So sieht das so wie das aus. Das Wasser, das wird jetzt einfach... Ausgepumpt aus der Flasche raus. Ja, und guckt mal, was da passiert. Puh, die wird immer dünner. Puh, puh, piff plötzlich. Könnt was da mehr drin ist. Und dann... Das ist ganz eng. Ja, baut das nach, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Guckt einfach auf unsere Homepage. Da steht ja nochmal alles drauf, was ihr braucht. So einen Schlauch, einfach eine ganz normale Plastikflasche. Ganz wichtig, wenn ihr das Loch in den Deckel hier macht, bitte, bitte fragt einen Erwachsenen, wenn es ein bisschen schwieriger geht. Nicht, dass ihr euch irgendwie verletzt oder so. Das würde ich nicht wollen. Und solche Schläuche, die kriegt ihr eigentlich so in Tierzuhandlungen oder auch in Baumärkten. Ja, also da gibt's... Fragt einfach mal nach an der Information. Oh, guckt euch das mal an. Ganz, 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 ganz schmal ist es. Oh, das wird noch besser. Ihr werdet es schon sehen. Probiert das zu Hause einfach aus. Also, holt euch auf jeden Fall irgendjemanden Älteren dazu, der euch mit dem Deckel hilft, ja, mit dem Loch. Und dann viel Spaß. Und schickt mir doch mal ein Foto mit euren Wasserlampen, die gleichzeitig eine Wasserpumpe ist. Macht's gut. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.